Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe letztens ausgemistet. Stopp, ich will euch jetzt nicht zeigen, was ich ausgemistet habe, sondern... Ich hab's schon auf Instagram gezeigt. Ich hab hier so viel ausgemistet und unter anderem war auch die da mit dabei. Und viele haben geschrieben, spinnst du, warum mistest du die aus? I don't know, ist die Palette jetzt so geil? Ich fand die Lidschatten immer so krümelig und deswegen war das irgendwie nichts für mich. Aber viele haben geschrieben, die Highlighter sind der Shit, deswegen hab ich das jetzt behalten. So, also, los geht's. Und zwar hatte ich eine Video-Idee. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, weil ich muss jetzt auch sehr ehrlich sagen, ich hab jetzt nicht eine Million YouTuber abonniert, sondern das sind immer nur so ein Dutzend, die ich abonniert hab und die ich immer wieder gucke. Und außer diesem Kreis guck ich irgendwie auch nichts. Also, ja, das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt auch vorher schon jemand gemacht hat. Und ich brauch ein bisschen Hilfe mit der Video, mit dem Videotitel. Ich hab echt Probleme, meine Videos zu betiteln. Da wäre ich ganz froh, wenn ihr mir da weiterhelfen würdet. Also, es geht darum, wenn ich kein YouTuber wäre, beziehungsweise, wenn ich mich entscheiden müsste, was ich behalte aus einer Million Make-Up-Sachen. Ihr wisst, wir sind YouTuber, wir kriegen auch vieles gestellt und zugeschickt und haben dementsprechend natürlich viel, ihr seht, was ich ausgemistet habe. Und man greift dann trotzdem immer wieder zu einigen Produkten zurück. Und, ja, meine Video-Idee war so, wenn ich nicht YouTuber wäre, was hätte ich dann in meiner Schmink-Sammlung. Und ich habe versucht, mich auf einige Sachen zu konzentrieren. Und mit diesen Sachen habe ich übrigens heute auch mein Gesicht geschminkt. Jetzt zeige ich euch das jetzt alles und da sind ein paar interessante Produkte dabei. Und es war wirklich sauschwierig, sich da zu entscheiden. Sauschwierig. Und wir fangen mit der Base natürlich an, die ich euch jetzt zeige. Ich habe natürlich mehrere Bases zu Hause und musste mich jetzt dafür eine entscheiden, wo ich sage, okay, ich glaube, ich würde die benutzen. Und zwar ist das die Base von Fenty Beauty. Ich finde einfach, die harmoniert am besten mit dem passenden Make-up dazu. Ich glaube, die war ein bisschen teurer. Die Base, die hält einfach Bombe und bin bis jetzt mega angetan. Ich habe sie natürlich wieder im Ausland bestellt, weil bei uns hat Sephora übrigens auch keinen Online-Shop und so. Das ist total bescheuert. Sowieso gibt es das hier auch gar nicht. Und, ja, ich finde es immer blöd, so an Sachen heranzukommen. Versteht ihr? Dieses... Und man will ja immer alles haben, was man dann sieht bei anderen YouTubern und denkt so, oh, wie geil, zum Beispiel jetzt, oh, die Norwina-Palette, die muss ich haben. Ja, wie kommst du da jetzt dran? Gar nicht. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Und deswegen habe ich mir auch überlegt, welche Möglichkeiten habe ich, die andere YouTuber aus Deutschland momentan nicht haben. Und zwar habe ich mir doch gedacht, ein bisschen back to the roots. Wie wäre es eigentlich mit Full Face Pastel, Full Face Flormar, Das sind ja auch sehr, sehr interessante Marken. Und ich weiß auch, dass es sehr viele türkische Zuschauer gibt, beziehungsweise sehr viele Leute, die auch in die Türkei verreisen zum Urlaub. Vielleicht würde euch das interessieren. Also da hätte ich jetzt mega Bock drauf, Full Face mal wieder zu schminken. Und ihr seht, es soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich habe es immer noch drauf. Und ja, wir machen einfach weiter mit dem Make-up. Und zwar, ich hätte mich entschieden für die Fenty Beauty, das passende Make-up dazu. Ich habe übrigens die Farbe 200. Ich muss sagen, die dunkelt ein bisschen nach. Deswegen würde ich euch empfehlen, immer eine Farbe heller zu kaufen, weil sie oxidiert mit der Luft. Und ich habe es mir über das Internet bestellt. Ich habe mir tausend Swatches angeguckt. Es war ein bisschen schwierig. Sie hat am Anfang nicht gepasst. Und mittlerweile finde ich, passt sie eigentlich ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es immer über die Kamera manchmal sieht man so einen leichten Unterschied. Aber ich liebe diese Foundation. Also wenn ihr da irgendwie rankommt. Ich habe mich für den Concealer von Clinique entschieden. Und zwar All About Eyes Concealer. Warum? Ich habe die Farbe 04 Medium Paddle. Warum? Weil ich so schon sehr, sehr trockene Unteraugenringe habe. Und ich brauche einen Concealer mit Feuchtigkeit. Und der trocknet nicht so aus wie alle anderen. Es gibt höchstwahrscheinlich noch tausend Millionen bessere Concealer. Tarte Shape Tape Concealer, Naked Concealer. Die habe ich alle nicht da. Die habe ich alle nicht ausgetestet. Ich weiß jetzt nicht, wie sich die auf der Haut anfühlen. Deswegen momentan hätte ich dann wahrscheinlich nur diesen Concealer zur Hand. Ich muss gerade sagen, es ist so befreiend, wenn man nur eine Tasche voll mit Make-up hat. Und anstatt hier so ein, ich habe noch das Dreifache drüben. Und ich muss einfach weg damit, weil es wird auch irgendwann alt und vergammelt. Und das liegt da und du benutzt es sowieso nicht. Das heißt jetzt nicht, dass ich undankbar sein will oder sonstiges. Aber es ist einfach, Leute. Es ist zu viel. Das heißt nicht, dass die neuen Filme mir nichts zuschicken sollen. Nein, ihr könnt gerne schicken, weil ich liebe das eigentlich auch, neue Sachen auszuprobieren und dann meine Favoriten eventuell auszutauschen. Aber dann würde ich jetzt weitermachen mit dem Puder. Und zwar ist das auch von MAC. Das ist das Medium Plus Mineralize Skin Finish Puder. Das habe ich jetzt schon seit längerem und das mag ich eigentlich sehr gerne. Ich muss sagen, ich benutze nicht so oft Puder. Aber wenn ich dann was benutze, dann greife ich immer zu dem zurück. Aber was gleich interessant sind, ist die Paletten. Das sind nämlich Paletten, die ihr wahrscheinlich vorher noch nie gesehen habt. Interesting, interesting. Dann machen wir weiter mit einer Augenbase. Und zwar habe ich da den Paint Pot von MAC. Soft Ochre. Und den hatte ich ja schon mal und den hatte ich über Jahre, Leute. Es gibt wirklich so Produkte, wenn man die kauft, dass man die wirklich jahrelang benutzen kann. Und ich finde, man kann die nicht austrocknen. Und der gehört definitiv, definitiv mit dazu. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, den auszublenden, weil er manchmal sehr, sehr schnell trocknet. Aber ansonsten, Lidschatten halten immer Bombe. Und damit bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Machen wir weiter mit dem nächsten Gesichtsprodukt. Und zwar muss das Ganze natürlich gesettet werden. Da habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt. Da würde ich den Laura Mercier... Hat hier immer mal so heftig lange Namen. Translucent Low Setting Powder... Ja, den würde ich dann behalten. Das ist jetzt auch die Reisegröße. Aber wenn das alle ist, dann werde ich mir auf jeden Fall die große Größe noch mal holen. Ich habe gerade hamsafreie Bude. Meine Schwiegermutter kam vor und meinte, komm, ich nehme Hamsa einfach mal. Ich so, was? Ich liebe meinen Sohn über alles, davon mal abgesehen. Aber wenn er mal eine Stunde, ein, zwei Stunden draußen ist und man hat jetzt wirklich Zeit, alles in Ruhe zu machen, sich auch mal in Ruhe zu schminken, wobei es eigentlich ganz gut klappt eigentlich mit ihm, weil er dann immer alles rumfummelt. Wir sind immer noch draußen. Das ist für mich gerade echt entspannter als immer. Die so schnell, oh, jetzt muss ich das abdrehen, weil er heult gleich und so. Ihr merkt das wahrscheinlich auch manchmal, wie angespannt ich dann einfach bin. Und jetzt bin ich gerade so total chillig und habe keinen Zeitdruck und das Video kann 100 Minuten gehen. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, bei Blush, da habe ich mich jetzt für zwei entschieden, weil ich nicht wusste. Und zwar auf jeden Fall den Baked Blush von Milani. Das ist dieser in der Farbe 05 Luminous. Den habe ich mir, als ich mit Hattice in America war, in der Drogerie gekauft. Und der ist so schön. Was mich allerdings ärgert, ist damals, das wissen viele wahrscheinlich gar nicht, das war vor fünf, sechs Jahren, als Milani noch relativ neu war. Und Milani ist, finde ich, eine sehr, sehr tolle Marke. Habe ich das mit einem Kollegen aus Amerika, wir haben das nach Deutschland gebracht, für kurze Zeit einen Online-Shop, der auch eigentlich relativ gut lief. Aber, ich weiß jetzt gar nicht, was da damals so genau abgelaufen ist, aber es war einfach dieses, oh, jetzt kommst du mit im Online-Shop und du willst es doch nur abkassieren und hier und da. Und das war eigentlich so gar nicht so mein Grundgedanke, sondern ich wollte einfach diese Produkte anbieten. Und ja, mittlerweile weiß ich gar nicht, ob man die jetzt in Deutschland bekommt, aber da war ich schon so ein bisschen schade, dass ich dann nachher nicht auf mein eigenes Gefühl gehört habe, sondern eher auf die Kommentare von einigen Menschen. Und ja, deswegen habe ich dann leider das Geschäft dann irgendwie aufgegeben, weil ich gedacht habe, okay, alle finden das scheiße, dass wir jetzt Milani hier nach Deutschland geholt haben und irgendwie hatte ich jetzt null positive Resonanz und deswegen, ja, und jetzt natürlich 2018 ärgert man sich darüber so ein bisschen, aber das ist halt Schicksal und das hätte vielleicht so sein sollen, aber auf jeden Fall Milani-Sachen finde ich wirklich sehr, sehr toll und fand ich damals schon toll. Und wie gesagt, ich stehe halt hinter den, ich stehe hundertprozentig hinter den Sachen, die ich euch jedes Mal vorstelle und das gehört auf jeden Fall dazu und das nochmal zu Milani. Und das zweite wäre dann von The Balm, Hot Mama. Das ist auch wieder so ein Peach-Ton, kennt ihr alle. Und wahrscheinlich hätte ich dann diese beiden in meiner Tasche gehabt, obwohl die beiden ähneln sich schon sehr, ne? Aber ich finde halt, dass es diesen schönen Glanz gibt und I love it so much. So, dann kommen wir noch zum Highlighter. Ja, der hätte ich wahrscheinlich auch von The Balm, The Mary Luminizer, da sieht man auch Hit the Pen, den benutze ich am meisten. Und zwar Highlighter, Innenwinkel, Nase, alles, was ich dann so highlighte, eigentlich immer das. Ich habe noch andere, jetzt zum Beispiel wie die Carly Barber hier, aber im Grunde genommen greife ich irgendwie immer wieder auf das zurück. So, dann natürlich noch das Fixier-Spray für das Gesicht. Das habe ich euch jetzt auch ein bisschen umgefüllt in eine andere Spraydose, weil die halt mir nicht so, also liebes MAC-Team, bitte, mach doch da mal was. Das sind doch so viele Leute, die sich da ständig drüber beschweren, dass das nicht fein genug sprüht. Da kann man doch bestimmt was machen. Auf jeden Fall liebe ich das und das fixiert dann alles nochmal extra. Und falls ihr einen Tipp haben möchtet, wie euer Make-up im Sommer extrem lange hält, sprüht ein bisschen in euer Make-up mit rein und dann erst auftragen, dann hält das auf jeden Fall Bombe. Wollen wir zu den Lidschatten kommen? Okay, wir kommen zu den Lidschatten und dann zu den letzten anderen Produkten noch. Da hätte ich wahrscheinlich mehrere Paletten gehabt. Und zwar habe ich mir mal vor Monaten was bei AliExpress bestellt. Yes, also nicht bei Wish oder Sonstiges, sondern bei AliExpress. Und zwar hat eine Palette damals 10 Dollar gekostet. Das waren umgerechnet weniger als jetzt, weil bei uns in der Türkei ist momentan Höhenflug, Dollar und Euro. Das ist echt heftig. Also ich kann da gar nicht so viel sagen dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Paletten hier noch extra Namen haben. Okay, und zwar ist das von der Marke Fokalür. Keine Ahnung. So sieht die aus. Als ich die bei AliExpress gesehen habe, hat die mich sofort an diese Huda Beauty Paletten erinnert. Und man sieht direkt, es sind noch nicht alle Farben benutzt, aber das ist die Palette 02 Neutrals. Und die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und was ich heute zum Beispiel drauf habe, ist das, das und das. Die drei Farben. Ich bin immer noch so ein bisschen unschlüssig, ob die so gut sind oder... Also eigentlich... Kein Spiegel, Leute. Da kann man wieder diese Sticker reinkleben, die ich mir letztens gekauft habe. Deswegen wahrscheinlich auch so günstig. Also die Palette gefällt mir eigentlich ganz gut. Einige Farben lassen sich gut auftragen, einige weniger. Und zwar sage ich euch jetzt, das ist die andere Palette, auch dieselbe Marke. 01 Bright Lux heißt diese Palette. Zum Beispiel mit den matten Farben komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Nur ich finde so einige der Schimmerfarben, die sind so krümelig auf dem Auge drauf. Also die krümeln nicht beim Auftragen, sondern die sehen so komisch buttrig, so komisch auf dem Auge aus, finde ich. Und die sind halt nicht alle was für mich. Und die andere Palette ist auch von derselben Marke, die Twilight Palette. So sieht die aus. Also die sagt mir am wenigsten zu. Ich wollte die eigentlich wegen diesen Schimmerfarben haben. Mit dem Auge ist das so ein bisschen schwierig, dann einzuarbeiten. Aber ganz ehrlich, für 10 Dollar sind diese Paletten wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und von einer anderen Palette konnte ich mich auch nicht trennen. Die ist auch schon 100 Millionen Jahre alt. Die gibt es wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Das ist von der Urban Decay Device 2 Palette. Und zwar halt diese Farbe habe ich hier benutzt. Die liebe ich über alles. Gibt es hier übrigens einzeln. Da würde ich auch diese Palette entsorgen, weil diese Farbe, dieses Grün und das Silber und ja, also die benutze ich sehr, sehr gerne. Die dunklen Töne eher weniger. Aber von der Palette konnte ich mich irgendwie nicht trennen. Und als letztes, da haben wir auch einen riesen fetten Make-Up-Fleck drauf. Und zwar von der Tarte, die Tarte Lette Palette. Die liebe ich halt bei, ja? Weil die so schöne, viele matte Farben haben und das auch noch in ähnlichen Tönen. Ja, und ja, mit der... Oh, mein Make-Up... Ich habe mich heute in mein Make-Up verliebt, Leute. Das sieht so schön aus. Ja, die habe ich auch mal auf der I-Mats in America gekauft. Und das ist Jahre her, Leute. Die habe ich jetzt immer noch. Dann, Wimperntusche hätte ich genommen. Die Bad Gal Bang von Benefit. Ich liebe diese Mascara. Allerdings hätte ich mir, oder wünschte ich mir, ich weiß jetzt gar nicht, ob es die auch in Waterproof gibt. Also wenn es die in Waterproof geben würde, ich würde die so was von der bebunkern. Aber leider, leider... Oder bin ich ja falsch informiert. Gibt es die, glaube ich, nicht. Die habe ich auch mal zugeschickt bekommen. Und ich liebe sie. Die macht bei mir so einen schönen Schwung. Und ja, hält auch sehr, sehr gut. Dann habe ich hier einen Eyeliner von NYX. Und zwar mag ich den sehr, sehr gerne, weil der sehr fein ist. Also man kann damit sehr fein arbeiten und auch sehr dick. Also man kann beide Varianten arbeiten. Und auch den trage ich heute. Und mit dem bin ich sehr zufrieden. Und auch weil er so klein und handlich ist, gefällt er mir sehr, sehr gut. So, bei den Augenbrauenprodukten konnte ich mich leider nicht entscheiden. Und zwar sind zwar beide Produkte von Anastasia Beverly Hills. Einmal haben wir hier die Dipbrow-Promade. Promade? Die Dipbrow-Promade kennt ihr alle. Das Problem bei der ist halt einfach, dass die halt mega schnell austrocknet. Ich habe auf der Seite die Pomade aufgetragen. Es hält halt Bombe, ne? Und auf der anderen Seite habe ich das Puder aufgetragen. Und zwar in der Farbe Ebony habe ich hier. Da ist es halt manchmal, wenn man mal so irgendwie was gegenkommt oder so, dass das Puder dann natürlich irgendwie nicht mehr da ist. Und da hält es ein bisschen Bombe. Deswegen konnte ich... Manchmal mag ich das Puder ein bisschen mehr. Manchmal das andere ein bisschen mehr. Aber ich glaube, ich müsste mir schon das nochmal neu holen, weil das halt sehr, sehr schnell austrocknet. Einige sagen, tropft doch ein bisschen Öl damit rein. Aber ich glaube, das verändert dann mega die Konsistenz und wäre dann nicht so schön. Jetzt haben wir nur noch ganz, ganz wenig Leute. Und zwar Kajalstift. Da habe ich das zweimal, weil die beide schon fast am Ende waren. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein dritter dazu. Und zwar ist das der MAC Eicol von... MAC? In der Farbe Smolder. Und das ist jetzt schon das zweite Mal oder das dritte Mal, dass ich das kaufe. Und der hält einfach den ganzen Tag. Manchmal ist es so, dass am Ende des Abends vielleicht so ein bisschen hier so am unteren Wimpernkratzen ein bisschen ausgelaufen ist. Aber kein anderer hält bei mir so lange wie der vom MAC. So, dann Wimpernkleber. Hätte ich den von Duo gehabt. Habe ich auch immer noch. Jetzt kommen wir noch zu den Lippenprodukten. Jetzt kommen wir noch zum Schluss. Das Beste kommt fast zum Schluss, weil ich habe hier noch die Konturpalette von Too Faced. Also ich mag ja immer halt so kompakte Sachen und deswegen diese Konturpalette. Und da habe ich nämlich alles in ein. Bronzer, Kontur, Highlighter eigentlich und Auffäller und mit Pinsel zusammen. Da bin ich... Also dieses ist momentan my holy grail. Und zu den Lippenprodukten hätte ich wahrscheinlich... Aber ich mag auch sehr gerne die Superstay Lippenstifte auch von Maybelline. Ihr habt so Glück, weil ihr alle Farben da habt. Wir haben halt nicht alle Farben. Und ich habe, glaube ich, Maybelline auch angeschrieben, ob sie mir bitte die Farben zuschicken können. Aber da kam bis heute keine Reaktion. Ja, also da hätte ich gerne die Auswahl, die ihr habt, hätte ich hier auch gerne. Ich hätte mir das auch selber gekauft, aber wie gesagt, ich komme da momentan einfach nicht dran. Und ich hätte halt viele matte Lippenstifte, denke ich, wie zum Beispiel die NYX Lingerie-Reihe oder sonstiges. Ursprünglich wollte ich heute eigentlich diesen Lippenstift hier auftragen, weil das mit dem Lila hier so schön harmoniert. Aber da dachte ich mir so, okay, dein Make-up ist schon und fliegt. Da brauchst du nicht noch so einen harten Lippenstift. Und so ein Lila macht halt die Zähne immer sehr, sehr gerne gelb. Ihr habt es euch gefallen? Lasst mir bitte euer Feedback da. Vergesst mir auch nicht, einen Daumen hoch zu geben, weil ich habe eine sehr, sehr kleine, faule Community. Deswegen muss ich euch leider ein bisschen immer mehr darauf aufmerksam machen. Also es würde mich freuen, wenn ihr mein Video natürlich auch einen Daumen hoch gebt, weil ich versuche wirklich auch andere Sachen zu zeigen, andere, nicht diese 0815 Videos zu drehen. Und ich hoffe, ihr merkt das auch. Und ja, dieses Video hat mir heute wirklich besonders viel Spaß gemacht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meine anderen Videos auch guckt. Da haben das wahrscheinlich einige wieder verpasst. Ich weiß auch, dass wir sehr, sehr viele im Urlaub sind momentan und einfach nicht gucken. Und es ist sehr, sehr hot in Deutschland. Und die Leute haben natürlich was anderes zu tun, als jetzt mein Video zu gucken. Kann ich natürlich verstehen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr die alten auch nochmal guckt. Und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir was Schönes hinterlasst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und bis dann. Tschüss.